ja hallöchen meine lieben und willkommen zurück zu let's play undertale oder auch wie rotte ich eine ganze ein ganzes volk innerhalb von vier stunden spielzeit aus ja meine lieben leute wir haben ja letztes mal das ist mal ich immer gleich fassen anschließend auf weil ich gerade noch gegessen habe den genuss halt auf und der vogel ist ja okay und gerade bin ich dabei mein weg hier mich durch zu bahn und ganz ehrlich dieser genuss hat wenn der ach du scheiße ich merkte gerade wir haben gerade steine statt einem einem ein ausrufe zeitung über den kopf ein smiley über kopf dass sie uns dass ich frisk darauf freut die leute umzubringen und tschüss wo die gehen wir nicht ja zu viel naja egal so also schon mal erledigt das brauchen wir nicht alles zu lesen von daher ach irgendwie in zahlen taucht natürlich das ordentlich auf weil er weg ist ja unter körper bleibt ja okay das ist strange ja das rätsel das ist jetzt natürlich sowieso art absorgen jetzt brauchen wir es natürlich nicht ich würde es gerne noch mal testen es gibt nämlich in der veränderung im spiel und sie das muss schon passiv ist glaube ich nicht da ich konnte sondern dass ich es eigentlich sollte jetzt um die lösung von dem ganzen kram stehen aber nur gut gesetzt weil er geht's ich wollte dass das noch kommt ihr könnt jetzt brauche ich ein brechens regenschirm ich bin an den ist so cool dann wird auch nicht leicht kommt nämlich ihre zweite form der zutage dann wenn wir gegen sie kämpfen so man teilen deine mutter bietet sich am mängel wir haben ich habe die um 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 Oh, try being a little less rough, haha, ah, das ist ein Unterschied. Anyway, I look for another way, phew, later. Was kommt denn jetzt? Felt zum Lift, ja? Ah, es kommt noch mal an, dann, okay. Jetzt kommt die Stelle. Stimmt. Naja, jetzt ist es gut. So. Ach, scheiße. Ah, shit. Okay, okay. Die sind jetzt relativ schwer noch werden. Und das war jetzt nicht so ein Klingeln von mir. Ich habe immer ein bisschen Probleme bei ihrem Minigame hier, bei diesem Rennen weg. Irgendwie. Mal gucken, wie ich es nochmal lang verdammt. Ach, das ist schonmal falsch. Das ist schonmal falsch. Das ist... keine Ahnung. Das ist anscheinend richtig. Ich habe immer lieb. Keine Ahnung. Ja genau, es kommt das. Wir müssen jetzt zigzagli auf mich, würde ich mal sagen. Und weiter. 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 So. Jetzt wieder vor. Ich kenne das Spiechen mir schon. Und es kommt online. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Und... Und... ...sounds like it came from over here. Oh. You have fallen down, haven't you? Are you okay? Here. Get up. Chera, hm? That's a nice name. My name is Ezreal. Ja, das ist der Name von Ezreal gewesen. Und von daher... Irgendwie am Ende. Ach, hat es heute mal geschrieben. Gut. Das heißt, ich werde euch nicht mehr... nicht mehr so übriger machen. Aufnehmen. Von daher... Dann kann ich mir erzählen, dass ich einen Gendus-Alweine angefangen habe. Forking left. 13 noch. 13 Viecher eliminieren. No, man. So, item... Ich will halt noch mal ein Ding ans. Ich muss da kennen die Mocker schlucken. Da ist es gleich irgendwas. So, Astronauturzeit. ... Was hat er voll, ne? Normal P's heilt. 45 AP. Ist gut. Kümmern und Bann halt 22. Astronaut. 21. And don't keyxe. 34. So. So. Natürlich. Japan should damit for force. It's good. Fuhri, du denkst du kannst du mir helfen? Ich bin ein Ghost, der lebt in einem Dummy. Mein Kostner lebt in einem Dummy, auch. Until... YOU CAME ALONG! Nicht nur deine Action-Kostner lebt ihr Haus, aber jetzt alle der Neibars sind auch. Ich bin ein nóier. Du so Kauffelus. Du Level Earth. Du bist mal. Du bist so Kauffelas. Das Ges pounding. Eureka! 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 Human! The moment of unbridled emotion. It allowed me to finally fuse with my body. I'm fully courable now. My lifelong dream. Realized. In return, I guess I won't stomp you. How's that sound? That dummy lets you go. Check. No death. Wipe the smile off your face. Thanks. Bam! And tschüss. Tja. I don't care. I don't care. So, my friends. Is it really? Or not? Look at this. This is the house. That's a team black anyone's home. Yep. And then... Yeah. Snip step loop. Is also not there. Of course. Metatons house. Is also not there. There is also no one. Scarsson. Oh, there is even... So, we can here. Order a treat. I can't sogar kaufen. Don't expect the discount. Uh... Cloudy glasses. Uh... Notebook. And it's... Invincibly... Longer. Ah. This is nice. So, I wouldn't buy your shi... Shitty garbage at nigh point. Talk. Hate red. Fight hero. Fate. Long ago, Esker and I agreed that escaping would be pointless. Since once we left, humans will just kill us. I felt a little betrayed when he eventually changed his mind. But now I think, maybe he was right too. Cause after all, even though we never escaped. Humans killing us anyway, ain't that right? What? I have left too long to be afraid of something like you. Of something like you. Try it, kiddo. I know you can't be... can't here. Haha. No, let drag that is the only reason I have survived so long. Besides, you can here nicht angreifen, weil... It doesn't go. Fight. Fight you? Nah. I'm not a hero. Never was. And besides, these old bones aren't fit for fighting anywho. One attack from you and... and then I'd... Well... At least by talking to you, I have bought enough time for some of them to escape. Hero. I'm not a hero. But I know there's someone out there. Someone who will never give up trying to do the right thing, no matter what. There's no prophecy or legend about anyone like that. It's just something I know it's true. That someone like that will strike you down. Yeah. Äh... Damit... Ist... Aber nicht... Der... True pacifist fist gemeint, weil der exerzierte leider nicht mehr. Ähm... Von daher... Äh... Ich hab glaub ich zu... Good riddance! Ich hab glaub ich zu viel... Zeug dabei, ne? Ich könnte theoretisch ja... Äh... Jetzt nicht weiter... Dann mal... Gucken wir ob Tammy mir irgendwas abkauft. Ja, cool. Ja, mal gucken. Von daher... Oh Tammy, hallo. Daiii. Tschüss. So, 87. Noch bisschen bisschen Level. Und dann hat man das auch geschafft. Ah, der Musikalter. So, das muss ich noch überlegen. Das muss ich noch mal überlegen. Ähm... Ne... 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 Aua... Verdammt. Und Bock. Und Schüss. Okay, das ist einfach... Sag dir auch ne Rente ran... Äh... Rente rein. Sehr intelligent. So. Gut. Dann... 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 So. Ja, ja, ist so gut. Wir konnten eh eh nichts mehr. Ich bin der Genos-Zeiten-Master hier. Ich werde euch alle umbringen. Ich werde sowas und alle umbringen. Ich werde sowas und alle umbringen. Ernsthaft. Ich werde sterben. Mit my hands. Und so. Naja. Tut mir jetzt zwar leid um die Leute, aber... Ich muss es halt durchziehen weiter. Ich gehörlich ist das Abrechner. Mach ich nicht. Und jetzt... Oh. 104. Love and Beast. Nice. Oh, jetzt sind wir schon 10 Alter. Ernsthaft. So. Jetzt hier ausmachen. Und nach unten. Ist natürlich auch keiner mehr. Oh, da ist sogar noch... Cell. Die Musik ist auch noch die Janis. Gut. Ähm... Na, das hängt man mal ab. Und... Das hängt man erstmal ab. Kindermann-Bann. Ähm... Fade Ribbon. Tofflein. Toffknife. Stick. So. Hallo. Seral. Ribbon. Woah. Nein, 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 nein. Äh... Nein. Äh... Danke. Tofflein. Tofflein. Stick. So. So. Das finde ich süßig, dass der Butterscotchpey... Budspy heißt auf L. Äh... In der Akkürzung. Ähm... Mini Bedanner. So. So. Budspy. Ja. Kann ich hier eigentlich... Ich kann hier nicht mal im Genocide ein Studium spendieren. Das ist das ganze Geld eigentlich vollkommen unnütz. Na gut. So. Ich würde auch sagen, wir machen hier einen Cut erstmal. Rechte erstmal für heute Leute umgebracht. Äh... Ja. Wie soll es dann sagen? Diesmal bei Let's Play Undertaker. Auf Wiedersehen Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.